Die Mercury Light Sie ist gedacht für die Krähenjagd oder auch die Entenjagd. Dafür ist sie eigentlich prädestiniert. Sie hat ein Tarnmuster, das Mossy Oak Muster. Zu den technischen Details der Waffe. Wir haben hier eine Lauflänge von 71 cm. Das Gewicht beträgt ca. 3 kg. Kaliber wie gesagt 12,76. Das Magazin fasst zwei Patronen und die dritte befindet sich dann dementsprechend im Patronenlager. Die Waffe ist wirklich sehr führig. Wir haben ein Vorgängermodell davon seit langem in Gebrauch und können wirklich nur sagen, störungsfrei das Ganze. Wir jagen hier in Kombination mit der Crow Buster auch eine Patrone prädestiniert ganz klar für die Krähenjagd. Der Kunststoffschaft sorgt durch die Fischhaut für einen guten Grip, muss man sagen. Die Waffe ist so geschäftet. Wir haben es ausprobiert mit einem Linksschützen, dass auch ein Linksschütze tatsächlich die Waffe bedienen kann. Natürlich fliegt ihm die Patronenhülse, wenn sie dann abgeschlossen ist, vor die Nase. Aber es ist vom Auswurf tatsächlich so, dass das eigentlich kein Problem ist. Das Wichtige ist, die Waffe ist für Stahlschrote geeignet. Gerade wenn wir auf Wasserwild jagen, sind wir gezwungen Stahlschrote zu nutzen. Hinten habe ich eine Gummischaftkappe, sodass die Waffe wirklich auch gut in der Schulter sitzt. Und dadurch, dass wir ein Gasdruckladesystem haben, haben wir auch nicht einen so starken Rückstoß bei der Waffe. Wir wünschen allen Jägern viel Wartmannsheil bei der Jagdhaus Niederwild vom Team Winz. Wir wünschen allen Jägern viel Wartmannsheil bei der Jagdhaus Niederwild vom Team Winz.